Konnichiwa Minasan! Es ist mal wieder Zeit für ein wenig japanische Geschichte. Wir befinden uns heute im Dezember 1872, denn da wurde eine dreijährige Wehrpflicht für alle Männer ab 20 Jahren in Japan eingeführt. Man wollte eine Volksarmee aufbauen, bisher waren ja nur die Samurai dazu, also hatten das Privileg zu kämpfen und als Krieger tätig zu sein. Das verloren sie dann und da könnt ihr euch auch denken, die Samurai wurden immer unwichtiger, da kommen wir später auch noch zu. Und eben dann konnten oder mussten alle Männer über 20 Jahre eine dreijährige Wehrpflicht machen, um eben eine japanische Volksarmee aufzubauen und somit eben auch als Nation das Land verteidigen zu können, aber auch um expandieren zu können. Und darauf werden wir in späteren Videos dann auch noch zu sprechen kommen. Erstmal gab es aber diese Wehrpflicht, die aber bis 1889 nicht von allen durchgeführt worden ist, sondern nur von circa 15 Prozent. Das lag daran, dass zum Beispiel Hausvorstände das nicht machen mussten. Sie mussten ja irgendwie den Hausvorstand eben schmeißen. Außerdem konnte man sich für eine Gebühr von 270 Yen, das hört sich sehr wenig an nach heutigen Standards, das war früher aber sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie viel genau das jetzt im heutigen Yen wäre, wenn man das so umrechnet. Aber es war für damalige Verhältnisse wirklich sehr, sehr viel. Konnte man sich freikaufen und musste nicht an der Wehrpflicht teilnehmen, weshalb auch viele, gerade von den unteren Ständen, dann protestiert haben und gesagt haben, ja, die Wehrpflicht, das ist ja eigentlich nur so eine Art Blutsteuer für uns Armen, wir müssen das dann machen. Die Reichen können sich davon freikaufen, die müssen das nicht machen. Es gab also auch viele Proteste gegen diese Wehrpflicht, die eingeführt worden ist, aber diese Proteste haben nicht wirklich viel gebracht, denn die Japaner haben die Wehrpflicht dann einfach durchgezogen. Was ich auch noch interessant finde zu dem Armeethema ist, dass die Japaner sich eigentlich erst an der französischen Armee orientieren wollten. Gesagt haben, ja, wir bauen jetzt eine Volksarmee nach französischem Vorbild auf. Die Franzosen haben aber 1871 gegen Preußen-Deutschland verloren und dann haben die Japaner gesagt, oh, Moment mal, okay, das ist vielleicht doch nicht so stark. Deswegen orientieren wir uns jetzt an Preußen-Deutschland, was die Formierung einer Armee angeht, weil Preußen-Deutschland zu dem Zeitpunkt in Europa wohl die stärkste Armee hatte. Das heißt, die japanische Armee wurde dann auf dem Vorbild der deutsch-preußischen Armee aufgebaut. Die Samurai verloren natürlich immer mehr an Bedeutung, das Privileg des Kämpfens und der Krieger wurde ihnen ja schon entzogen. Und dann hat die Regierung sich 1873 dazu entschieden, okay, wir zahlen den Samurai eine Abfindung, damit sie nicht mehr als Samurai tätig sind. Dann können sie sich irgendeinen bürgerlichen Beruf oder sonst irgendwas suchen, können was anderes machen, aber wir müssen die dann nicht mehr bezahlen. Denn zu diesem Zeitpunkt musste die Regierung nämlich die Samurai bezahlen. Die mussten den Gehalt zahlen, die Regierung hatte aber auch ein bisschen finanzielle Not, wie wir im letzten Video ja auch schon festgestellt haben. Deswegen hat man ja unter anderem auch den westlichen Kalender eben übernommen. Und viele Samurai sind dann auf das Angebot einer Abfindung der Regierung eingegangen. Die Regierung hat also gesagt, komm, wir zahlen euch eine Abfindung in Höhe von mehreren Jahresgehältern. War für die Regierung also schon eine relativ große Ausgabe dann, aber damit waren die Samurai eben vorm Tisch. Viele Samurai haben das Angebot angenommen, einige nicht und die, die es nicht angenommen haben, die haben im Grunde verloren dann, weil die Regierung dann Stück für Stück gesagt hat, okay, wir kürzen euch einfach euren Sold, bis es dann irgendwann nichts mehr gab. 1876 hat man den Samurai dann auch noch verboten, Schwerter in der Öffentlichkeit zu tragen. Da gab es dann ein Verbot und damit waren auch die letzten Samurai, die die Abfindung nicht irgendwie angenommen hatten und noch da waren, im Grunde auch am Boden und fertig. Die Samurai fielen also als soziale Gruppe auch auseinander und man kann davon sagen, dass sie sich mehr oder weniger aufgelöst haben. Sie haben absolut keine Bedeutung mehr in der japanischen Gesellschaft gespielt und das finde ich auch sehr interessant, weil vorher die Samurai ja auch dazu beigetragen haben, dass eben dieses System jetzt so zustande kommen kann, dass man eben die Tokugawa besiegen konnte und jetzt wurden die einfach dann mal so nebenbei ein bisschen aufgelöst. Finde ich, ist auch eine interessante Sache. Fürsten, die Fürstentümer wurden ja auch aufgelöst. Die haben auch eine fette Abfindung bekommen, die haben aber ein kleines Vermögen, könnte man sagen, bekommen. 60.000 Yen, nicht nach heutigem Maßstab, sondern nach damaligem. Das ist unglaublich viel Geld und einige Fürsten haben das dann gebraucht, um zum Beispiel Banken zu gründen oder aber auch Bahngesellschaften zu gründen und sich dadurch auch wieder ein bisschen zu sichern, Reichtum zu schaffen, anzuhäufen und natürlich auch die Modernisierung nach vorne oder voranzutreiben. In dieser Zeit haben sich dann auch erste Aufklärer in Japan hervorgetan, so Leute wie Oetaku oder aber auch Fukuzawa Yukichi. Und den werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer angucken, weil das wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit in Japan ist und die vor allem großen Stellenwert hatte und bis heute noch Einfluss auch auf Japan im Grunde hat. Warum haben sich Aufklärer hervorgetan? Weil immer wieder Gesandtschaften aus Japan nach Europa gefahren sind oder auch in die USA und dort wollten Japaner ja viel technisches Wissen akkumulieren, damit sie die Reformation und die Meiji-Restauration in Japan vorantreiben können. Da gab es dann eben auch viele Gelehrte, die was über westliche Philosophie zum Beispiel gelernt haben, über die Idee der Aufklärung, über die Idee der Gleichberechtigung, über Individualismus und all diese Geschichten, Gewaltenteilung, Politik, Staatsphilosophie und so weiter und so fort, alles das wurde in Europa und Amerika dann gelernt. Die haben das Wissen natürlich mit nach Japan gebracht und da sie oft von der Regierung auch entsendet worden sind, hatten sie damit natürlich dann einen gewissen Einfluss erstens auf die Regierung und über ihre Schriften, Zeitungen, Bücher, die sie veröffentlicht haben in Japan, dann natürlich auch auf die etwas gebildeteren in Japan selbst. Schauen wir uns den Fukuzawa Yukichi aber nochmal ein bisschen genauer an. Er kommt aus einer Samurai-Familie niedrigen Ranges aus Kyushu, hat in seinem Leben gerade am Anfang oft mit Armut zu kämpfen gehabt, dann eben durch die Familie, weil die nicht viel Geld hatten, aber dennoch hat er eine ganz beträchtliche Ausbildung hingelegt. Das lese ich mal kurz ab, weil ich mir das nicht alles direkt merken kann. Und zwar hat er Holländisch studiert und westliche Artillerie in Nagasaki und danach hat er Medizin und Naturwissenschaften in Osaka studiert. Außerdem lernte er Englisch und ist 1860 nach San Francisco gereist und hat als Dolmetscher für die Regierung, fürs Bakuhu gearbeitet und ist durch Europa gereist. Also das ist mal eine Ausbildung und das für jemanden, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Wie genau der das gemacht hat, das frage ich mich auch. Aber der hat so viele verschiedene Bereiche studiert und später kommt noch mehr. Das ist so ein bisschen das, was ich immer toll fand als Idealbild. Man kennt ja auch aus Europa die philosophischen Gelehrten zum Beispiel. Das waren ja oft Universalgelehrte. Die hatten nicht nur auf einem Gebiet Ahnung, sondern in möglichst vielen verschiedenen Gebieten und waren wirklich so Universalgelehrte. Und das sehen wir hier auch. Solche Ausbildungen oder solche Karrieren, die legt heute natürlich kaum noch einer hin. Auch heute gibt es immer nur noch sehr spezialisierte Berufe oder Ausbildungen. Dann auch man beschäftigt sich sehr lange mit einem Thema, verliert vielleicht so ein bisschen den Blick über den Tellerrand. Und das war früher nicht ganz so der Fall, sondern da war man oft in vielen verschiedenen Gebieten ein bisschen gebildet. Natürlich gab es auch noch nicht so viele wissenschaftliche Erkenntnisse wie heute. Das heißt, man konnte das Ganze noch ein bisschen besser überblicken, vielleicht. Aber trotzdem finde ich das als Ideal eigentlich eine schöne Sache. Und mit Fukusawa Yukichi haben wir hier auf jeden Fall jemanden, der in vielen verschiedenen Bereichen mal reingeschaut hat und der wirklich auch so eine Art Universalgelehrter dann war. Was ich noch vergessen hatte, wann wurde er geboren? Er wurde 1835 geboren. Und 1867 hat er dann in Tokio eine Schule gegründet. Und diese Schule, die er gegründet hat, die gibt es heute noch. Und die ist heute eine der bekanntesten Universitäten in Japan, und zwar die Keio-Universität. Vor der Keio-Universität oder auf dem Campus steht, glaube ich, auch eine Statue von ihm. Er hat die gegründet. Keio-Universität ist eine private Universität heute und gehört, wie gesagt, zu den besten in Japan. Also wenn man da war, dann bekommt man in der Regel einen sehr, sehr guten Job in einem Handelshaus, in einem Bankhaus oder so, weil die japanischen Firmen wissen, oh, das ist schwierig, da reinzukommen. Und das ist schon eine Hammer-Universität. Deswegen, also der hat eine der, ja, renommiertesten Universitäten, Schulen in Japan gegründet, vor 150 Jahren ungefähr. Und er hat dort Politik, Journalismus, westliche Philosophie und Technik unterrichtet als Lehrer. Die Regierung hat immer wieder versucht, ihn dann als Angestellten irgendwie zu bekommen oder auch in die Regierung so mit rein. Das wollte er aber nie, das hat er immer strikt abgelehnt. Deswegen hat die Regierung ihn da nicht bekommen. Und er selbst hat sich für Gleichberechtigung, die jeder aller Menschen eingesetzt. Das heißt, dass es keinen Unterschied zwischen verschiedenen Klassen gibt, den Burakumin zum Beispiel, die ja extrem diskriminiert worden sind in Japan. Sondern er hat gesagt, da jeder Mensch ist gleich oder jeder Mensch hat die gleichen Rechte, ist gleichberechtigt. Und er hat sich vor allem auch für die Selbstständigkeit des verantwortlichen Individuums eingesetzt. Also die Einheit des Individuums, dass man selbst für seine Taten, für seine Handlungen verantwortlich ist und diese Verantwortung auch übernehmen muss. Das ist natürlich ein Gedanke, der aus dem Westen, aus Europa, der europäischen Philosophie übernommen worden ist und den er dann versucht hat, diese Gedanken eben auch in Japan zu verbreiten. Es gab zu dieser Zeit eine ganze Menge an Aufklärern, wie ich eben ja auch schon mal gesagt hatte. Die ganzen Leute, die in den USA und in Europa waren, haben dieses Wissen eben mit nach Japan gebracht. Und die haben dann eben über Zeitungen, über Magazine und über Bücher versucht, ihre Gedanken in die Welt zu bringen an die japanischen Bürger. Die japanischen Bürger haben sich oft dafür nicht so ganz interessiert, weil das, was die da an philosophischen Ideen mitgebracht haben, so fernab von ihrer Lebensrealität war, die in Japan zu dem Zeitpunkt geherrscht hat, dass die überhaupt gar nicht verstanden haben, was geht da jetzt genau ab, was wollen die von mir mit diesem Individuum und der Selbstständigkeit und alles. Das verstehen wir nicht so ganz. Das heißt, es war eher vielleicht was, was auch dann unter der gebildeteren Bevölkerung, die lesen konnten, die so ein bisschen das auch verstanden haben, dann sich eben verteilt hat, dieses Wissen. Und vor allem haben sie natürlich auch versucht, auf die Regierung Einfluss zu nehmen, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Da werden wir in den nächsten Videos dann mit den Parlamenten und so auch noch gucken, wie westliche Ideen Einfluss auf japanische Politik und Regierungsbildung dann genommen haben. Im 1873 hat dann der Diplomat Mori Arinodi eine intellektuelle Gesellschaft, Meiji-Sex-Gesellschaft hat er das genannt, gegründet. Und das sollte ein Forum sein zum Austausch von Ideen. Das heißt, viele Intellektuelle sind zusammengekommen, haben ihre Ideen ausgetauscht, haben sich gegenseitig kritisiert. Also im Grunde so einen Dialog geführt, was man heute vielleicht in Deutschland so ein bisschen vermisst, dass man solche Gesellschaften hat, die wirklich frei ihre Gedanken vortragen können und dann gegenseitig sich kritisieren und eben schauen, was ist das Beste vielleicht für alle, wo sind interessante Ideen. Sowas hat er dann gegründet. Und er selbst, also der Herr Mori, er hat sich auch für die Gleichberechtigung eingesetzt, vor allem auch zwischen Mann und Frau, weil er gesagt hat, ja, die Frauen werden nicht so gut behandelt in unserer Gesellschaft momentan, die müssen, Mann und Frau müssen da gleichberechtigt sein. Und er ging dann auch mit gutem Beispiel voran, hat 1875 seine Frau dann geheiratet mit einem modernen Ehevertrag, was damals auch überhaupt gar nicht so üblich war, dass man sowas macht. Das hat er dann gemacht und wollte eben dazu beitragen, die Frau mit dem Mann gleichzustellen. Das soweit zu den Intellektuellen in Japan zu dieser Zeit. Man sieht also viele Gedanken aus dem Westen herübergeschwappt, eine Armee dabei aufzubauen und diese Armee wird dann für den Imperialismus natürlich noch sehr interessant. Wir steuern also immer weiter auf die interessanten Sachen zu, die ich euch schon seit Wochen verspreche in den Videos. Aber es dauert natürlich und um die Geschichte gut zu verstehen, müssen wir das natürlich auch alles Schritt für Schritt abarbeiten. Ich wollte euch nochmal hier auf dem 10.000 Yenschein, dem heutigen 10.000 Yenschein, haben wir einen interessanten Mann. Und zwar das hier ist er. Das ist der Fukusawa Yukichi. Deswegen sieht man, also er wird auch in Japan als jemand aufgefasst oder begriffen, der zur Modernisierung und zu Reformen in Japan während der Meiji-Zeit beigetragen hat, mit seinen Gedanken, mit seiner Aufklärung, die er gemacht hat. Deswegen hier auf dem 10.000 Yenschein, da ist er drauf. Auf der Rückseite haben wir den Phönix aus dem Byurodoin. Da gibt es einen Vlog zu, habe ich mal gemacht. Das habe ich auch gesehen in echt hier, diese Statue. Und ja, also auf dem 10.000 Yenschein, da ist er auch, steht auch hier der Name in Kanji, ich weiß, kann man jetzt in der Kamera wahrscheinlich nicht sehen, steht er auch drauf. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal in Japan seid, könnt ihr mal auf den 10.000 Yenschein gucken und sagen, oh, den kenne ich, von dem habe ich gehört. Das ist eine wichtige Persönlichkeit in Japan. Wenn ihr mal in Tokio seid, könnt ihr auch mal zur Keo-Universität gehen. Das ist wie gesagt die Schule, die er gegründet hat. Nun gut, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über die japanische Geschichte und Japan lernen. Irgendwas aus dem Video mitnehmen. Das würde mich zumindest freuen. Und ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch Links zu Japanisch-Kursen-Rabattlinks, mit denen ihr Chiragana, Katakana, Kanji lernen könnt. Und vieles mehr schaut da gerne vorbei. Es gibt außerdem einen Link, über den ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Und ihr könnt Mitglied auf diesem Kanal hier werden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!